Leute, endlich ist es soweit, der letzten Tag bricht an, der Tag des großen Ausbruchs, wir müssen uns nur noch darauf vorbereiten und zwar indem wir uns ausruhen und mal sehen, wir haben im letzten Part, ganz am Ende nochmal die, sind wir nochmal die ganzen Individualitäten durchgegangen, naja eigentlich nicht, eigentlich brechen wir einfach nur aus, naja mal gucken. So, dann übernachten wir, setzen wir die Haupthandlung fort. Der Tag des Ausbruchs ist gekommen, seid ihr bereit? Manana hat ganz viel gefauletzt, damit Manana gleich ganz schnell laufen kann. Gondor wird das Zeichen irgendwann nach Beginn der Arbeit im Freien geben. Bis es soweit ist, müssen wir unauffällig unsere Arbeit erledigen. Oh man, dann müssen wir ja noch einmal diesen tollen Morgenappell über uns ergehen lassen. Zumindest ist es jetzt das letzte Mal. Alle wachsam bleiben. Ja, wir müssen auf alles gefasst sein. Trefft alle die letzten Vorbereitungen und dann gehen wir zum Zentralbereich. Auf geht's, ne? Das glaube ich. Das glaube ich auch. Gut, morgen Appell. Mal sehen. Hoffentlich ändert sich nichts. Nachher hören die auf zu... Gottes Willen. Nachher hören die auf, äh, doch nicht abzurücken oder so. Dann ist natürlich alles für die Katz. Schauen wir mal. So, und nun zur Diensteinteilung von der heutigen Tag. Es werden schöne Sprossen und Gummistellen gesammelt. Und noch eine Sonderaufgabe für die Zelle, die gestern den Lykos besiegt hat. Ihr werdet die Population der links vom Zugang zum Außenbereich wild gehaltenen Gariffen vermindern. Wie, ganz allein? Nachdem die Gariffen ausgedünnt wurden, macht ihr mit den Eulen weiter. Danach folgt die Reinigung des Essenslagers. Sobald alles erledigt ist, macht ihr bei den regulären Diensten mit. Wow, eigentlich sollten wir uns ausruhen. Na gut. Das wäre alles an die Arbeit. Meinen die das ernst? Das sollen wir alles allein erledigen? Tja, die wollen wohl auf die Probe stellen, was sie uns... Musterknaben so alles auftischen können, bevor wir aufmucken. Wir gehen los. Ja. Wir gehen los. Ja, mal gucken, wann sie uns das Zeichen gibt, ne? Dritter Gefängnistag. So, ja, klüren wir das mal, damit ich damit auch ganz sicher bin, wohin ich laufe. Wir gehen los. Check dich aus. Sonst muss man sich hier. Wir müssen wirklich so weiter machen. Ja, eben. Noch müssen wir das ja machen. Machen wir einfach mal. Wir sind ja und bis zum Glück nur drei. Putt ihn auf. Putt ihn auf. Baller rauf, damit ich gleich alle drei erledigen kann. Heilen die sich? Die heilen sich. Ja, die sollten schnell erledigt sein. Okay, und der letzte. Der letzte. Der letzte. Also, wie schaden das macht, ne? Die erste Aufgabe wäre erledigt, erledigt. Kann ich langsam mal das Signal kommen? Ich hoffe, es ist nichts dazwischengekommen. Bitte das Signal geben dürfen wir keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Machen wir einfach mit unseren Aufgaben weiter. Das sind wir. Okay, guys, take out the guard. Ah, yes. The illustrious plan. You're still whinging about that? Yes, I am. It's all so messy. You would say that. Hey, if it gets the job done, what's the problem? Assuming it works. It will. We're gonna make it work. Come on. Whatever you say. Dann können wir uns jetzt irgendwie machen. Irgendwie. Willst du 20 Stück erledigen, oder wie war das? Jetzt können wir auch uns irgendwo Boros verwandeln. Mach ich aber mal lieber nicht. Geht ja auch so. So. Hier sind auch welche. Ich denke wieder. Irgendwie 20 Stück sollten wir erledigen. Irgendwie so war das. Habe ich irgendwie im Kopf. Okay, einer noch. Okay. Irgendwie hier, aber ich sehe ja nichts. Hast du auch noch welche? Damit haben die nicht gerechnet, ne? Oh? Und zack. Einer ist er noch, komm. Okay, wir haben die Karte. Okay, da hinten. So, wir treffen Gondor außerhalb der Tauber Nummer 1. Genau. Es sollte zurück in die Route, die wir gestern genommen haben. Gondor! Ihr seid spät dran. Das alles in der kurzen Zeit? Tja, ich war halt fleißig. Dann schnell aufs Investor, während meine Leute auf den Putz hauen. Okay. Es scheint immer noch eine Menge Leute zu kämpfen. Ja, und sie haben noch nicht mal richtig angefangen. Dann eröffne ich mal den Hauptakt. Auf geht's, ihr Schwachmaten! Mann, wie sie mit den Leuten umgeht. Gondor hat sich verrückte Gruppe angeschlossen. Wie sie mit den Leuten umgeht, ne? Alter, guck das mal an, das ist so viel. Zumindest auf der Karte. Passiert dann. Warte! Okay. Okay. Ah, die Attacken sind cool. Ich bin eine Kanon. So, dann da. Ja, wir sollen wahrscheinlich gar viel erledigen, ne? Wir wollen ja auch schließen, dass alle entkommen. Irgendwie. Dass der Takt immer so lange brauchen wir uns links unten zum Aufladen, ne? Ein bisschen nervig. Aber hey, davon mache ich auch nicht Schaden. Okay. Warum? Wir müssen ja nicht direkt wissen, dass wir die Ouroborusse sind. Oder? Außer wir bediegen sie sowieso so schnell. Lostet sich gar nicht. Da sind die Nächsten. Aknus-Kundschafter. Skitui-Heis-Heir hier, ne? Das war's. Da ist das Tor. Werden wir hier rauskommen jetzt? Das war ja auch so warm momentan. Ha, ha, ha. Ja, natürlich. Verstärkung? Sollen sie doch. Die hauen wir jetzt auch noch weg. Und dann sind wir am West-Tor. Dem, dem, dem. Ja gut, dann machen wir mal Elite. Ich denke mal, da werden wir auch uns verwandeln. Wenn nötig. Sobald wir die Gruppe 3 erreicht haben, verwandelt nicht. Weil er lohnt sich wenigstens, ne? Ach, come on. Ich bin da. Ich hab nur gerade ein Stückseilfähigkeit einsetzen. Also die fatal Trommelfeuer. Nein, auf jeden Fall. Sanna, du bist auf. Ich bin auf. Lance? Ja, genau. Well, shit. So much for us giving you backup. What a joke. All right. All of ya. Let's buff this joint. Mom. Aye. That design. They're the castle guard. What, the spark? I thought they were supposed to be away doing their bloody training. An ambush. Gondor. This ain't an accident. Means one of you bastards snitched. Shania? Shania? No! Oh! How could you? You bitch! Answer her! What is it? Heads pounding! Such foul-mouthed creature. She was right to sell you out. Wait. We've seen him before. He's back again. She made a choice, which will result in one of the best outcomes one could have hoped for. I don't see how. Of course. It's quite unfavorable for your little band of heroes. Throwing the left side. Bring it. They wanted to smash something up. Not so fast, boy. Your luck well and true. Came to an end. On the day you chose to stand against M and N. Noah and Mio. But how? Who's Mobius where Noah and Mio? What's going on? How is this? Who is this guy? It's not just that he looks like me, but he's Mobius. And then there's... We have the same face. Shania. Now there's the look I wanted to see. The look of a woman buried under the weight of her misguided expectations. How could you, Shania? Why are you siding with them? You're with the city. The people here, they're your people. My people? These pawns? People that rush towards an early grave without any consideration for the lives of others are no bloody kin of mine. Paisa! This what you want? Oh, you've had it easy, my friend. The great Guerniker was your granddad. And your mediocre mother, the city elder. Oh, and let's not forget your Stella Ouroboros results. Of course you would have to ask that. You never did care about what I wanted. We're not the same at all. Sorry? You said... You said that we were the same. And we're nothing like each other. You sure changed your tune. I'm seeing some newfound determination. You get a little pep talk from your friends, huh? Nobody gave me anything. It's because I'm part of the team. I'm only just starting to figure it out now. But I'm gonna change. Both me and this world. I won't let you. I'll never let that happen. If you stop us, everything's just going to stay the same. It won't stay the same! Shania! What's so natural about the life you want? A life you only get one shot at? At any point, someone could come along and tell you, OK, that's it. Time to go. And who are you to say that life's worse? I know more than you. It's madness wanting a world like that. The best world for us is a world that at least gives us another go. We fail. We try again. We might even do better next time round. Shania, enough now. We're made to fight. To kill each other. Every single day. Just hoping to see another dawn. Either way, we're still fighting for survival, aren't we? Am I crazy? Am I saying something strange? Because I don't think so. I genuinely don't. 20 on the right. 20 on the left. 10 in the middle. The Mobius, too. Pertulia Bay? It's that way. Gondor. What? What? What are you... Head for the exfiltration point. Noah, wait. It's us they want to capture. I'm going to engage the Levenesses on the left-hand side. You can use that as a diversion. Shut the hell up. We'll make the diversion. You're too slow. Can't all make it out. However, a single unit should stand a chance. What are you guys going to do? We fight, and worst case, we surrender. Let them hear us roar. Remember? N- N- Hold on! Now's the time. Ouroboros doesn't end with us. Right? Candidate? Noah. Damn you! You'll do great. I know it. All right. We're breaking through. Distract them. However you can. Gotcha! Und ob das was wird, ich weiß nicht. Wir greifen also besser erstmal an. Ist ja nur einer. Die einen müssen sich nie ein. Die gucken jetzt einfach nur zu, oder was? Na gut, ich muss das halt nicht verstehen, ne? Ich muss das nicht verstehen. Als ob die uns nur beobachten. Na ja, geht mir unser Bestes, aber gucken wir mal. Wenn ich 10.5.5.3 bin, dann werde ich mich auf jeden Fall verwandeln. Oh oh. Sehr gut. Ja, die Klinge. Es sah so aus, als hätte er auch so genau die selbe Klinge wie ich da der andere N, ne? Auch so mit Ausfahrbar. Also die Klinge in der Klinge drin. Alter, was? Ich hätte keine Heilung oder so. Ich muss den Synchro machen jetzt. Sonst sterbe ich. Ich kann meine Technik nicht einsetzen, warum auch immer. Aber wir haben uns besiegt. Wenn ich sich hier in so Sompf-Sompf, halte es sich aus, als hätten die kein Gewicht. Das ist deine Chance. Move it! Gondor! Mom, we'll handle this. Get through here and you're free. Quick! What? Ja, screw that! Now supposed to leave you behind as well? The Ouroboros candidates are our future. Come now. You must move. But why? It's the prison food. Gone and developed a taste for it. And the beds are actually halfway decent. It's fine. Don't you worry about us. Eggie. Oggie. Move it! Don't look back! Gondor! Gondor! Shania. Shania. This isn't over. You'll see soon enough. I thought we'd never make it. But this looks hopeful. I wonder. There's still a few left. Oh, yeah. And two Mobius. And all this without killing. And all this without killing. Doubt we'll have such an easy time with these. Yeah. But we helped Gondor escape. Right. And that was priority number one. But, but, other people all got left behind. It's not huge mess. They'll be fine. Unlike us fugitives, they're useful assets. They can still surrender and be put to work again. Still, the more that can escape, the better. So, one last stand? Oh, yeah. Bring it. Such nonsense. Your idiocy knows no bounds. What's so funny? This suits me just fine. You will make an adequate feast. Möbius will savor every one of you. Rest assured. Talking about us like we're food. Well? Sorry, mate, but we bite back! Right. You'll be going hungry today. We fought so hard for this. We're not giving it up. Not ever! Oh, you still intend to resist. Against these odds. Yeah. You think you can defeat me? We will. For us to move forward, we must. Very well. I will demonstrate beyond all doubt. There is no possible future for you in this world. Let me handle this. You want to. That's a surprise. I need to show them. Make them realize just how powerless they truly are. Just as we were once persuaded. Who are they? All right. Do as you will. Thank you. Then. I love you. Self. Das war's für heute. 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 Ciao.